Trotz des Handelskriegs, den Trump China während seiner ersten Präsidentschaft erklärt hat, wählte der chinesische Präsident Xi Jinping, dem Republikaner die Hand der Zusammenarbeit zu reichen, den er persönlich anrief, um ihm zu seinem Sieg bei den Wahlen am 5. November zu gratulieren. China und die USA würden von einer Zusammenarbeit zwischen ihnen profitieren und beide Seiten würden durch Konfrontation verlieren, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums in Peking. Laut Letzterem bestand der chinesische Staatschef darauf, dass beide Länder ihre Unterschiede angemessen verwalten und einen Weg finden sollten, um in einer neuen Ära zu vereinen. Eine stabile und gesunde China-USA-Beziehung liegt im gemeinsamen Interesse beider Länder und den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft, war die Botschaft von Xi Jinping, der betonte, dass er hofft, dass beide Seiten die Prinzipien des gegenseitigen Respekts, des friedlichen Zusammenlebens und der vorteilhaften Zusammenarbeit unterstützen und den Dialog und die Kommunikation stärken, während sie ihre Unterschiede angemessen verwalten. Die erste Reaktion Russlands auf Trumps Sieg, der sich nicht aggressiv gegenüber Moskau gezeigt hat, kam über das russische Außenministerium, das erklärte, dass sie keine Illusionen über den gewählten Präsidenten haben, der in Russland gut bekannt ist, oder über den neuen Kongress, in dem die Republikaner angeblich die Kontrolle gewonnen haben. Die politische Elite in der Macht in den USA hält sich an antirussische Prinzipien und die Politik der Eindämmung Moskaus. Der Chef der russischen Diplomatie, Sergej Lavrov, ließ unterdessen die Tür für eine Zusammenarbeit offen. Wir werden abwarten und sehen, ob es einen Vorschlag von der Trump-Administration geben wird. Aber ich wiederhole noch einmal, wir waren es nicht, die die Beziehungen zu den USA beschädigt haben, also liegt es nicht an uns, ihre Wiederbelebung vorzuschlagen. Vor den Wahlen bestanden russische Beamte, einschließlich Präsident Wladimir Putin, darauf, dass es für Moskau keine Rolle spielt, wer die Präsidentschaftswahlen am 5. November in den Vereinigten Staaten gewinnt. Wer jedoch die Berichterstattung über die amerikanischen Wahlen durch die russischen Staatsmedien verfolgte, sagte VOA, würde zu dem Schluss kommen, dass Donald Trump viel mehr bevorzugt wurde.